Lektion 1 Reiseentscheidungen Hey Anna, hast du dich entschieden, wo du dieses Jahr Urlaub machen willst? Hallo John, ich denke über ein Strandziel nach. Wie steht es mit dir? Ich tendiere zu den Bergen. Übernachten Sie in einem Hotel oder suchen Sie eine Ferienwohnung? Ich denke, eine Ferienwohnung wäre schön. Es fühlt sich eher wie zu Hause an. Was denkst du? Ich stimme zu, vor allem, wenn man mehr Platz möchte. Außerdem können Sie Ihre Mahlzeiten kochen. Genau. Es spart auch Geld. Haben Sie eine bestimmte Vermietung im Sinn? Noch nicht, aber ich schaue online nach. Es gibt einige schöne Hütten mit toller Aussicht. Das hört sich toll an. Ich liebe die Vorstellung, in den Bergen aufzuwachen. Welche Annehmlichkeiten suchen Sie? Ein gemütlicher Kamin wäre perfekt. Und vielleicht einen Whirlpool. Wie steht es mit dir? Eine schöne Küche ist für mich ein Muss. Ich möchte einige lokale Rezepte ausprobieren. Das ist eine tolle Idee. Es macht das Erlebnis unvergesslicher. Welches lokale Gericht möchten Sie unbedingt probieren? Ich kann es kaum erwarten, frische Fischgerichte zuzubereiten. Wie steht es mit dir? Ich bin neugierig darauf, ein paar Bergeintörte zu probieren. Sie klingen herzhaft und beruhigend. Auf jeden Fall. Es dreht sich alles darum, die lokalen Aromen zu genießen. Haben Sie schon Aktivitäten geplant? Ich möchte ein paar Wanderwege wandern und vielleicht angeln gehen. Wie steht es mit dir? Ich habe vor, mich am Strand zu entspannen und schnorcheln auszuprobieren. Es klingt so lustig. Lektion 2. Grundlegendes zur Steuerung Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie Macht eine Gesellschaft formen kann? Hallo John, absolut. Es ist faszinierend und ein bisschen beängstigend. Woran denken Sie konkret? Ich bin neugierig auf totalitäre Regime. Sie kontrollieren wirklich jeden Aspekt des Lebens. Nicht wahr? Ja, das tun sie. Es ist, als würden sie diktieren, was die Menschen denken und fühlen dürfen. Wie wirkt sich das ihrer Meinung nach auf die Bürgerinnen und Bürger aus? Sie fühlen sich gefangen. Aber ich glaube, dass die Menschen immer noch Wege finden können, Widerstand zu leisten, selbst wenn es sich um kleine Dinge handelt. Das stimmt. Kunst und Literatur können Formen des Widerstands sein, oder? Genau. Künstler nutzen ihre Arbeit oft, um Meinungsverschiedenheiten auszudrücken. Hast du Bücher darüber gelesen? Ja, ich habe kürzlich 1984 von George Orwell gelesen. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Wie steht es mit dir? Ich habe Schöne neue Welt gelesen. Es stellt eine andere Art der Kontrolle dar, die genauso abschreckend ist. Beides regt so zum Nachdenken an. Sie zeigen, dass wir nicht nur Opfer sind. Wir haben Stimmen. Richtig. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Menschen sich gegen Unterdrückung zusammenschließen können. Einheit ist mächtig. Glauben Sie, dass Technologie diese Einheit fördert oder behindert? Es kann beides. Soziale Medien verbinden Menschen, können aber auch Fehlinformationen verbreiten. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist entscheidend, die Wahrheit im Lärm zu finden. Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel dazu? Kritisches Denken. Wir müssen Quellen hinterfragen und nach vielfältigen Perspektiven suchen. Auf jeden Fall. Bildung spielt eine große Rolle bei der Entwicklung dieser Fähigkeit. Lektion 3. Budgetfreundliche Abenteuer Hey Anna. Hast du schon mit der Planung unserer Reise begonnen? Hallo John. Ja. Ich habe ein paar Optionen gefunden. Aber wir müssen uns an unser Budget halten. Ich stimme zu. Es wäre auch toll, wenn es innerhalb unseres Budgets liegt. Was ist das Maximum, das wir ausgeben können? Ich denke, wir sollten jeweils etwa 1.000 US-Dollar anstreben. Das sollte auch die Reise- und Unterbringungskosten abdecken. Klingt vernünftig. Haben Sie erschwingliche Reiseziele gefunden? Auf jeden Fall. Ich habe einige tolle Angebote für Nationalparks gesehen. Die Natur ist so erfrischend. Das ist eine fantastische Idee. Außerdem können wir wandern und die Natur genießen. Genau. Und mit dem Campen könnten wir noch mehr Geld sparen. Sind Sie damit einverstanden? Absolut. Camping macht Spaß und ermöglicht es uns, uns mit der Natur zu verbinden. Was ist mit Lebensmitteln? Wir können unsere Mahlzeiten zubereiten. Es ist billiger und gesünder. Kochen Sie gerne? Ja. Ich genieße es. Wir können im Wohaus einige einfache Rezepte planen. Gibt es irgendwelche Favoriten? Ich liebe es, Pfannengerichte zu machen. Es geht schnell und du kannst jedes Gemüse verwenden. Das hört sich lecker an. Ich kann Pasta-Zutaten mitbringen. Es ist sättigend und einfach zu kochen. Perfekt. Also, wann sollten wir Ihrer Meinung nach gehen? Wie sieht es nächsten Monat aus? Das Wetter wird für Aktivitäten im Freien angenehm sein. Das funktioniert bei mir. Ich werde mich auf die Suche nach Campingplätzen machen, die zu unserem Budget passen. Hey Anna! Hast du schon einmal darüber nachgedacht, eine nahegelegene Landschaft oder Küstenstadt zu erkunden? Hallo John! Das habe ich definitiv. Es hat etwas Erfrischendes, der Stadt für einen Tag zu entfliehen. Genau. Die Ruhe der Natur kann so verjungen sein. Hast du einen Lieblingsplatz? Ja. Nur eine Stunde entfernt befindet sich eine wunderschöne Küstenstadt. Der Strand ist atemberaubend und die Meeresfrüchte sind unglaublich. Das hört sich fantastisch an. Ich liebe frische Meeresfrüchte. Welche Gerichte empfehlen Sie, dort zu probieren? Du musst die Muschelsuppe probieren. Es ist cremig und voller Geschmack. Es gibt auch leckere Fischtacos. Lecker! Ich bekomme Hunger, wenn ich nur daran denke. Glaubst du, wir sollten bald einen Ausflug dorthin planen? Auf jeden Fall! Wie wäre es mit einem Wochenendausflug? Wir konnten die lokalen Geschäfte erkunden und einige Outdoor-Aktivitäten genießen. Das klingt perfekt. Wandern und Strandkämmen wären eine tolle Möglichkeit, den Tag zu verbringen. Ja, und wir konnten unsere Kameras mitnehmen, um die wunderschöne Landschaft einzufangen. Naturfotografie ist so lohnend. Ich stimme zu. Außerdem wird es eine schöne Abwechslung zu unserem Alltag sein. Findest du, wir sollten ein paar Freunde einladen? Auf jeden Fall! Je mehr, desto besser. Es macht immer Spaß, neue Erfahrungen mit Freunden zu teilen. Tolle Idee! Ich werde mit der Planung unserer Reiseroute beginnen. Gibt es noch andere Aktivitäten, die Sie einbeziehen möchten? Vielleicht abends ein Lagerfeuer am Strand? Das wäre ein wunderbarer Ausklang des Tages. Ja, Smorris am Feuer klingt entzückend. Ich kann dieses Abenteuer kaum erwarten. Ich auch. Neue Orte zu erkunden ist immer aufregend, besonders in guter Gesellschaft. Lektion 5. Dinner-Dilemma Hey, Anna. Weißt du, ob das neue Restaurant heute Abend noch zum Abendessen geöffnet ist? Hallo, John. Ich habe gehört, dass es sehr beliebt ist. Ich hoffe, es ist noch offen. Das hoffe ich auch. Ich freute mich darauf, die berühmte Pasta zu probieren. Oh, ich habe erstaunliche Dinge darüber gehört. Aber ich glaube, ich habe ein Schild gesehen, auf dem stand, dass das Restaurant heute Abend für eine private Veranstaltung geschlossen sein wird. Wirklich? Das ist enttäuschend. Wissen Sie, ob Sie eine Website haben, auf der wir überprüfen können? Ja, das tun Sie. Auf Ihrer Website finden Sie in der Regel die neuesten Updates zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen. Großartig! Ich werde es mir ansehen. Wenn Sie geschlossen sind, was hältst du davon, es stattdessen in diesem thailändischen Restaurant zu versuchen? Das klingt nach einem tollen Backup. Ich liebe Ihr grünes Curry. Haben Sie es ausprobiert? Noch nicht. Ich habe gehört, dass es lecker ist. Ich bin immer für scharfes Essen zu haben. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Außerdem haben Sie eine gemütliche Atmosphäre, die sich perfekt zum Abendessen eignet. Klingt einladen. Nehmen Sie Reservierungen entgegen? Ja, das tun Sie. Es könnte eine gute Idee sein, vorher anzurufen, besonders wenn es eine geschäftige Nacht ist. Gut gedacht. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Wann möchten Sie reisen? Wie wäre es mit 19 Uhr? So haben wir genug Zeit, um uns nach getaner Arbeit zu entspannen. Perfekt! Ich rufe an, um einen Tisch für uns zu reservieren. Ich freue mich auf unser Dinnerabenteuer. Ich auch. Das Erkunden neuer Restaurants macht immer Spaß, vor allem in guter Gesellschaft. Lektion 6. Eine Planänderung Hallo, Anna. Hast du schon davon gehört, dass die Missionare an diesen neuen Projektstandort geschickt wurden? Hallo, John. Ja, das ist ziemlich interessant. Aber ich hörte, dass jemand gefragt wurde, ob er stattdessen nach Südafrika gehen wolle. Wirklich? Südafrika klingt nach einem unglaublichen Ort für eine Mission. Was macht es so attraktiv? Nun, die Kultur ist reich und vielfältig. Außerdem gibt es viele Gemeinden, die wirklich von Unterstützung profitieren könnten. Das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf an Bildung und Ressourcen dort groß ist. Genau. Und es würde den Missionaren die Möglichkeit geben, zu lernen und zu wachsen, während sie anderen helfen. Warst du schon einmal in Südafrika? Noch nicht. Aber ich würde gerne eines Tages hingehen. Die Landschaften und die Tierwelt sind atemberaubend. Ich habe Bilder gesehen. Die Safaris sehen fantastisch aus. Ich würde gerne Löwen in ihrem natürlichen Lebensraum sehen. Auf jeden Fall. Und auch die Strände sind wunderschön. Es ist eine tolle Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Ich frage mich, ob die Missionare die Möglichkeit hätten, diese Aspekte zu erleben, während sie dort dienen. Ich hoffe es. Es ist wichtig, Arbeit und Erkundung in Einklang zu bringen. Es kann ihre Erfahrung verbessern. Einverstanden. Glauben Sie, dass Sie sich mit den lokalen Gemeinschaften auseinandersetzen können? Ich glaube schon. Der Aufbau von Beziehungen ist der Schlüssel zu einer effektiven Missionsarbeit. Es geht darum, die lokalen Bedürfnisse zu verstehen. Das ist eine wertvolle Perspektive. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Menschen dafür einsetzen, etwas zu bewegen. Auf jeden Fall. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir alle auf unsere eigene Weise einen Beitrag leisten können, egal wo wir sind. Lektion 7. Sehenswürdigkeiten erkunden Hey Anna, hast du dir das neue Museum in der Innenstadt angesehen? Hallo John. Ja, ich habe gehört, dass der Eintrittspreis in der Regel erschwinglich ist, was für alle großartig ist. Absolut. Es macht es für mehr Menschen einfacher, Kunst und Kultur zu genießen. Wissen Sie, ob Sie Führungen anbieten? Ich glaube schon. Geführte Touren können das Erlebnis wirklich bereichern, indem sie interessante Einblicke bieten. Das stimmt. Ich liebe es, die Geschichten hinter den Exponaten zu erfahren. Dadurch fühlt sich alles lebendiger an. Hier ist es genauso. Außerdem teilen Reiseführer oft wenig bekannte Fakten, die sie selbst nicht finden würden. Genau. Warst du schon einmal auf einer Führung, die dir besonders aufgefallen ist? Ja, ich habe einmal einen historischen Rundgang gemacht und der Führer war so engagiert. Ich habe so viel über die Vergangenheit der Stadt gelernt. Das hört sich toll an. Ich genieße Touren, die lokale Legenden und Anekdoten beinhalten. Sie verleihen ihm eine persönliche Note. Auf jeden Fall. Es macht die Geschichte nachvollziehbar. Ich frage mich, ob das Museum thematische Führungen zu verschiedenen Themen anbietet. Das wäre cool. Eine thematische Tour kann verschiedene Zielgruppen anziehen, zum Beispiel Familien oder Studenten. Ja, es wäre eine unterhaltsame Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu treten. Ich würde gerne eine thematische Tour über alte Zivilisationen machen. Das klingt faszinierend. Mich würde eines über lokale Künstler und ihre Beiträge interessieren. Tolle Idee. Die Entdeckung lokaler Talente kann den Stolz in unserer Gemeinschaft wirklich fördern. Auf jeden Fall. Planen wir bald einen Besuch. Wir können uns die geführten Touren ansehen und sehen, was uns interessiert. Ich bin dabei. Es wird eine wunderbare Möglichkeit, den Tag zu verbringen und gemeinsam etwas Neues zu lernen. Lektion 8. Erfolgsverfolg verfolgen Hallo Anna. Hast du diese neue App ausprobiert, mit der du den Fortschritt bei deinen Zielen verfolgen kannst? Hallo John. Ja. Es eignet sich hervorragend, um alles zu organisieren. Ich liebe es, wie einfach es zu bedienen ist. Das ist der Hammer. Ich habe gehört, dass es sogar Erinnerungen sendet, um sie auf Kurs zu halten. Ja, genau. Diese Erinnerungen sind so hilfreich. Besonders, wenn das Leben hektisch wird. Welche anderen Vorteile wurden in der App-Beschreibung erwähnt? Es bietet auch Einblicke und Analysen, mit denen Sie sehen können, wie sehr Sie sich im Laufe der Zeit verbessert haben. Das hört sich nützlich an. Fortschritte visuell zu sehen, kann wirklich motivierend sein. Auf jeden Fall. Es ist schön, auf dem Weg dorthin kleine Siege zu feiern. Glaubst du, dass es für verschiedene Arten von Zielen funktionieren könnte, wie Fitness oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit? Auf jeden Fall. Es ist vielseitig genug, um sich an jedes persönliche Ziel anzupassen. Ich benutze es zum Sprachenlernen und es ist großartig. Das ist eine geniale Idee. Das Verfolgen von Vokabeln und Phrasen, die Sie lernen, kann sehr lohnend sein. Ja, und es hält mich verantwortlich, was entscheidend ist, um engagiert zu bleiben. Vielleicht fange ich auch an, es zu benutzen. Verantwortlichkeit kann einen großen Unterschied beim Erreichen von Zielen machen. Auf jeden Fall. Außerdem ermöglicht uns die Community-Funktion, uns mit anderen auf ähnlichen Reisen zu verbinden. Das ist eine fantastische Möglichkeit, Tipps auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Genau. Ermutigen wir uns gegenseitig, es weiter zu nutzen und unsere Fortschritte zu teilen. Lektion 9. Tech Talk Hey Anna! Ist dir schon aufgefallen, wie Technologie unser tägliches Leben verändert? Hallo John! Ja, es ist faszinierend, aber manchmal auch ein bisschen überwältigend. Ich stimme zu. Auf der einen Seite macht es die Dinge so bequem. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bedenken hinsichtlich der negativen Auswirkungen der Technologie. Genau. Zum Beispiel, wie es sich auf unsere Aufmerksamkeitsspanne auswirken kann. Haben Sie Studien dazu gesehen? Ja, das habe ich. Sie deuten darauf hin, dass die Menschen aufgrund der ständigen Benachrichtigungen weniger konzentriert sind. Das ist besorgniserregend. Es beeinträchtigt wirklich unsere Fähigkeit, uns auf Aufgaben zu konzentrieren. Richtig. Und wie sieht es mit den sozialen Kompetenzen aus? Manche Leute sagen, dass die Technologie uns immer mehr isoliert. Das ist ein berechtigter Punkt. Es ist ironisch, dass wir online stärker vernetzt sind, aber weniger persönlich. Stimmt. Manchmal vermisse ich die Tage der persönlichen Gespräche ohne Ablenkungen. Ich auch. Es kann sich anfühlen, als würden wir die Kunst des sinnvollen Dialogs verlieren. Also, wie können wir deiner Meinung nach ein Gleichgewicht finden? Vielleicht könnte es helfen, bestimmte Zeiten festzulegen, zu denen man den Stecker zieht. Möchten Sie technikfreie Abende verbringen? Das klingt nach einer tollen Idee. Es könnte uns ermutigen, uns mehr miteinander zu beschäftigen. Ja. Und wir könnten Hobbys erforschen, die nichts mit Bildschirmen zu tun haben, wie Lesen oder Aktivitäten im Freien. Auf jeden Fall. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Wir können Technologie genießen und gleichzeitig ihre Nachteile minimieren. Ich mag diesen Ansatz. Die Balance zwischen der Nutzung von Technologie und realen Interaktionen kann unser Wohlbefinden steigern. Lektion 10. Raum für Veränderung Hey Anna. Hast du von den neuen Richtlinien bezüglich der Zimmerzuweisung gehört? Hallo John. Ja. Ich finde es toll, dass Sie flexibler mit Raumwechseln umgehen. Ich stimme zu. Es ist schön zu wissen, dass jemand, der mit seinem Zimmer nicht zufrieden ist, eine Änderung anfordern kann. Auf jeden Fall. Manchmal kann eine andere Umgebung einen großen Unterschied in der Produktivität ausmachen. Richtig. Vor allem, wenn du einen Raum mit jemandem teilst, der andere Gewohnheiten hat. Genau. Ich habe gehört, dass man bei Problemen einfach ein Formular für einen Zimmerwechsel ausfüllen kann. Das ist praktisch. Es muss dazu beitragen, Stress für viele Schüler abzubauen. Auf jeden Fall. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich selbst umzuziehen? Noch nicht. Aber wenn es mir mit meinem aktuellen Setup schwerfällt, mich zu konzentrieren, könnte ich es in Betracht ziehen. Das ist schlau. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem Sie sich wohl und konzentriert fühlen. Auf jeden Fall. Und mir ist aufgefallen, dass einige Räume eine bessere Beleuchtung oder eine ruhigere Umgebung haben. Ja. Eine gute Beleuchtung kann die Stimmung und Energie in einem Raum wirklich verbessern. Ich frage mich, ob Sie auch Optionen für Lern-Lounges oder Gruppenraume anbieten werden. Das wäre fantastisch. Ausgewiesene Bereiche für die Zusammenarbeit könnten die Teamarbeit fördern. Genau. Es geht darum, die Umgebung lernförderlich zu gestalten. Ich hoffe, dass Sie weiterhin auf das Feedback der Schüler hören, was am besten funktioniert. Lektion 11. Fortschrittskontrolle Hey Anna. Hast du den neuen Zeitplan für unsere Projekt-Updates gesehen? Hallo John. Ja. Es sieht so aus, als hätten Sie es gut organisiert. Aber einige Fristen scheinen knapp zu sein. Das ist mir auch aufgefallen. Sie baten um regelmäßige Updates über den Fortschritt, was hilfreich, aber auch stressig sein kann. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, alle auf dem Laufenden zu halten. Aber es kann sich manchmal überwältigend anfühlen. Richtig. Es kann eine Herausforderung sein, unsere Arbeitsbelastung unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig Updates bereitzustellen. Genau. Sind Sie der Meinung, dass wir die Aufgaben aufteilen sollten, um es einfacher zu machen? Das ist eine tolle Idee. Wenn wir die Zuständigkeiten aufteilen, können wir mehr abdecken. Ja. Und wir können ein gemeinsames Dokument verwenden, um unseren Fortschritt und unsere Notizen zu verfolgen. Das gefällt mir. Ein freigegebenes Dokument macht es einfach zu sehen, woran alle arbeiten. Außerdem können wir unterwegs Kommentare und Vorschläge hinzufügen. Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Auf jeden Fall. Es wird uns helfen, organisiert zu bleiben und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Hast du schon darüber nachgedacht, wie oft wir uns treffen sollten, um unsere Updates zu besprechen? Vielleicht einmal pro Woche? Auf diese Weise können wir alle Probleme ansprechen und auch unsere Fortschritte feiern. Dem stimme ich zu. Es ist motivierend, kleine Siege anzuerkennen, während wir voranschreiten. Genau. Lassen Sie uns einen Plan erstellen, um regelmäßig Einzug ecken und uns gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen. Klingt perfekt. Ich bin gespannt, wie sich unser Projekt mit diesem neuen Ansatz entwickelt. Lektion 12. Intelligentes Ausgeben Hey Anna, hast du schon angefangen, dein Budget für die bevorstehende Reise zu planen? Hallo John, ja. Ich versuche herauszufinden, wie viel ich für Unterkunft und Verpflegung brauchen werde. Das ist schlau. Ich habe gehört, dass eine Budgetierung wirklich dazu beitragen kann, unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Auf jeden Fall. Ich bin auf der Suche nach günstigen Hostels oder Pensionen, um etwas Geld zu sparen. Tolle Idee. Hostels bieten oft erschwingliche Preise und die Möglichkeit, andere Reisende zu treffen. Genau. Außerdem verfügen einige sogar über eine Küche, die beim Kochen von Mahlzeiten behilflich sein kann. Das ist ein Bonus. Wenn Sie Ihr eigenes Essen kochen, können Sie im Vergleich zum täglichen Essen viel sparen. Ja. Ich plane, einfache Mahlzeiten wie Pasta oder Sandwiches zuzubereiten. Wie steht es mit dir? Ich denke darüber nach, das Gleiche zu tun. Es ist auf lange Sicht gesünder und wirtschaftlicher. Hast du schon auf Websites nach guten Angeboten für Hostels gesucht? Ja. Ich habe ein paar gefunden, die Rabatte für Frühbucher anbieten. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Das werde ich mir auch ansehen. Es ist immer schön, ein bisschen mehr für Aktivitäten zu sparen. Absolut. Ein flexibles Budget ermöglicht es uns, auf Reisen mehr Erfahrungen zu machen. Richtig. Ich möchte auch lokale Streetfood probieren. Es ist oft billiger und wirklich lecker. Das hört sich lustig an. Die Erkundung der lokalen Küche ist einer der besten Teile des Reisens. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns eine Liste von Orten erstellen, an denen wir essen möchten und Dingen, die wir tun möchten. Lektion 13. Kolonien und Gespräche Hey Anna. Hast du schon von den neuen englischsprachigen Kolonien gelesen, die 1812 von den Amerikanern gegründet wurden? Hallo John. Das habe ich. Es ist interessant, wie sie in dieser Zeit ihre Gebiete erweitert haben. Richtig. Es war eine bedeutende Zeit für die amerikanische Geschichte und Kolonialisierung. Genau. Ich frage mich, was sie damals dazu motiviert hat, neue Kolonien zu gründen. Ein Grund dafür war der Wunsch nach mehr Land und Ressourcen. Expansion galt als Weg zum Wohlstand. Das macht Sinn. Sie wurden auch von den Ideen von Manifest Destiny beeinflusst. Richtig? Ja. Der Glaube, dass die Amerikaner dazu bestimmt seien, über den gesamten Kontinent zu expandieren, war sehr stark. Es muss spannend, aber auch herausfordernd gewesen sein, neue Siedlungen zu gründen. Auf jeden Fall. Sie sahen sich mit vielen Hindernissen konfrontiert, wie zum Beispiel dem Navigieren in unbekannten Gebiet und dem Umgang mit Konflikten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Interaktionen mit indigenen Völkern komplex waren. Absolut. Es gab sowohl Kooperation als auch Konflikte, die die Zukunft dieser Regionen prägten. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese frühen Kolonien den Grundstein für das moderne Amerika legten. Auf jeden Fall. Die kulturellen Einflüsse aus diesen Kolonien wirken sich noch heute auf uns aus. Hast du dir bestimmte Kolonien angesehen, die in diesem Jahr gegründet wurden? Ja. Ich habe einige Details über die Siedlungen im Mittleren Westen gefunden. Sie hatten eine bunt gemischte Mischung von Siedlern. Das ist faszinierend. Ich würde gerne mehr über die verschiedenen Kulturen erfahren, die zu diesen Kolonien beigetragen haben. Lektion 14 Traumziele Hey Anna. Ich habe schon immer davon geträumt, Hawaii zu besuchen. Die weißen Sandstrände dort sehen fantastisch aus. Hallo John. Hawaii ist wunderschön. Das türkisfarbene Wasser und die üppigen Landschaften sind faszinierend. Genau. Ich habe Bilder von den Stränden gesehen und sie scheinen perfekt zum Entspannen und Abenteuer zu sein. Auf jeden Fall. Sie können surfen, schnorcheln oder einfach nur die Sonne genießen. Welche Aktivitäten möchten Sie ausprobieren? Ich würde gerne das Surfen ausprobieren. Es sieht aufregend aus, aber ich bräuchte wahrscheinlich zuerst ein paar Lektionen. Das ist eine tolle Idee. Viele Orte bieten Anfängerkurse an, damit sie sicher lernen können. Ich würde auch gerne die Vulkanlandschaften erkunden. Der Kontrast zwischen den Stränden und den Vulkanen ist atemberaubend. Ja, ein Besuch von Orten wie dem Haleakal-Nationalpark wäre unglaublich, vor allem wegen der Aussicht auf den Sonnenaufgang. Ich habe gehört, dass das ein beliebter Ort ist. Außerdem sehen die Wanderwege fantastisch aus, um sie zu erkunden. Auf jeden Fall. Sie können in die Natur eintauchen und gleichzeitig die einzigartige Flora und Fauna erleben. Und vergessen wir nicht die lokale Kultur und das Essen. Ich habe gehört, dass die hawaiianische Küche köstlich ist. Auf jeden Fall. Gerichte wie Pog und Loco Moco zu probieren wäre ein Muss. Ich liebe es, auf Reisen lokale Speisen zu probieren. Hier ist es genauso. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Warst du schon einmal auf Hawaii? Noch nicht. Aber es steht auf meiner Bucket List. Ich möchte die verschiedenen Inseln und ihre einzigartigen Vibes erkunden. Das wäre der Hammer. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Attraktionen. Ja, das macht die Planung der Reise noch spannender, wenn man darüber nachdenkt, welche Insel man zuerst besuchen soll. Lektion 15 Glückseligkeit bei der Buchung Hey Anna, ich habe gerade von einem tollen Hotelangebot gehört. Ich möchte eine Reservierung für zwei Nächte vornehmen. Das hört sich spannend an. John, welches Hotel ziehen Sie in Betracht? Ich schaue mir das Oceanview Hotel an. Sie haben eine atemberaubende Aussicht und tolle Annehmlichkeiten. Wow, das hört sich perfekt an. Haben Sie die Verfügbarkeit für Ihre Daten überprüft? Ja, ich habe festgestellt, dass Sie nächstes Wochenende zimmerfrei haben. Ich denke darüber nach, ein Zimmer mit Meerblick zu buchen. Eine gute Wahl. Den Sonnenuntergang von Ihrem Zimmer aus zu beobachten, wäre fantastisch. Planen Sie, Sie anzurufen? Ich könnte anrufen, aber ich habe darüber nachgedacht, die Reservierung online vorzunehmen. So scheint es einfacher zu sein. Gute Idee. Online-Buchungen sind in der Regel weniger problemlos. Außerdem können Sie die Preise sofort vergleichen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich das beste Angebot bekomme. Haben Sie Tipps für die Hotelbuchung? Suchen Sie immer nach Sonderaktionen oder Rabatten. Manchmal können Sie durch die Anmeldung für Newsletter Geld sparen. Toller Tipp. Ich werde nach Rabattcodes suchen, bevor ich die Buchung abschließe. Lies auch die Bewertungen, um zu sehen, was andere Gäste über ihre Erfahrungen gesagt haben. Das ist schlau. Ich möchte sicherstellen, dass es ein komfortabler und angenehmer Aufenthalt ist. Ja. Und vergessen Sie nicht, die Stornierungsbedingungen zu überprüfen. Nur für den Fall, dass sich Ihre Pläne ändern. Guter Punkt. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Ich möchte mir alle Optionen offen halten. Ich freue mich für dich. Es hört sich so an, als würde es ein fantastischer Kurzurlaub werden.